In diesem Video geht es um den sogenannten Folienmaster. Diesen Folienmaster verwenden Sie dann, wenn Sie für ein einheitliches Erscheinungsbild Ihrer Präsentationsfolien sorgen möchten. Zum Beispiel, wenn Sie auf allen Folien ein Firmenlogo platzieren möchten oder in allen Folien den Folientitel anpassen oder vielleicht die Aufzählungszeichen ändern möchten. In dieser aktuellen Präsentation habe ich jetzt auf der ersten Folie ein Logo. Dieses Logo möchte ich aber nicht nur auf dieser ersten Folie haben, sondern ich möchte dieses Logo in der gesamten Präsentation auf jeder Folie sehen können. Ich werde dieses Logo hier ausschneiden. Das kann ich am einfachsten und schnellsten mit der Tastenkombination STRG und X erreichen. und wechsle jetzt in meinen Folienmaster, in dem ich dann das Erscheinungsbild aller Präsentationsfolien anpassen kann. Diesen Folienmaster kann ich zum einen über das Register Ansicht aufrufen. Hier finde ich nämlich die Möglichkeit, auf den Folienmaster zuzugreifen. Eine zweite, etwas schnellere Möglichkeit schaut folgendermaßen aus. Sie haben in Ihrer Statusleiste das Symbol für die Normalansicht. Wenn Sie jetzt die Shift-Taste, also die Umschalt-Taste gedrückt halten und auf dieses Symbol mit der Normalansicht draufklicken, dann wechseln Sie auch automatisch in den Folienmaster. Dass ich mich im Folienmaster befinde, kann ich einerseits daran erkennen, dass ich jetzt ein zusätzliches Register Folienmaster in meinem Menüband erkennen kann. Zudem sehe ich nicht mehr die eigentlichen Inhalte meiner Präsentationsfolien, sondern ich sehe im linken Teil des Fensters die verschiedenen Layouts, die hier angeboten werden und die Platzhalter, die sich in diesen Layouts befinden. Es gibt ein übergeordnetes Master-Layout, das ich hier ganz oben am Beginn sehen kann und dann gibt es die entsprechenden Unter-Layouts. Zum Beispiel dieses zweite Element, das ist das Titelfolien-Layout. Wenn ich darauf zeige, dann sehe ich auch den Hinweis Titelfolien-Layout. Jedes Layout hat also auch einen Namen. Dieses nächste wäre zum Beispiel das Layout für Titel und Inhalte, das folgende, das Layout-Abschnittsüberschrift und dergleichen mehr. Wenn ich den Master verlassen möchte, habe ich hier die Möglichkeit, auf Master-Ansicht schließen zu klicken und wenn ich nachträglich meine Layouts ändern möchte, stehen mir diese Layouts auch hier im Register Start zur Verfügung. Ich wechsle nochmals in den Master. Ich möchte jetzt mein Logo, das ich zuletzt ausgeschnitten habe, auf jeder Präsentationsfolie sehen. Dementsprechend muss ich unbedingt im linken Teil des Fensters das übergeordnete Master-Layout auswählen und kann hier zum Beispiel über die Tastenkombination, STRG und V das Logo einfügen. Sie sehen jetzt, in diesem übergeordneten Master-Layout, das Logo wurde platziert, aber auch in den nachfolgenden Layouts ist überall das Logo zu finden. Wenn ich jetzt die Master-Ansicht wieder verlasse, habe ich jetzt auch in jeder meiner Präsentationsfolien das entsprechende Logo drinnen. Ich wechsle nochmals in den Folien-Master. Jetzt möchte ich auch dafür sorgen, dass in allen Präsentationsfolien der Titel angepasst wird. Dazu wähle ich das übergeordnete Master-Layout aus, wähle den Platzhalter für den Titel und im Register Start kann ich die Formatierungen jetzt anpassen. Zum Beispiel möchte ich eine andere Schriftart. Dazu öffne ich das Listenfeld und ich möchte hier zum Beispiel die Schriftart Atlanta verwenden. Die Schriftgröße soll ein bisschen reduziert werden. Des Weiteren möchte ich einen Text-Schatten anwenden. Das ist das S mit diesem leichten Schatten-Effekt. Sie können hier erkennen, wenn ich das aktiviere und deaktiviere, wie der Unterschied ausschaut. Und ich möchte eine andere Farbe für den Folientitel haben und das kann ich hier über das Listenfeld der Schriftfarbe steuern. Des Weiteren möchte ich in meinen Folien noch ein anderes Aufzählungszeichen auf der ersten Ebene haben. Ich stelle mich dazu in meinem Aufzählungsbereich in die Zeile mit dem ersten Aufzählungszeichen, öffne das Listenfeld für die Aufzählungszeichen und entscheide mich für diese Variante. Alle Änderungen, die ich jetzt durchgeführt habe, werden automatisch auf allen Präsentationsfolien übernommen. Wenn ich in das Register Folienmaster wechsle, kann ich wieder auf Masteransicht schließen klicken oder Sie können jederzeit natürlich auch im unteren Bereich in der Statusleiste das Symbol für die Normalansicht anklicken. Dann kommen Sie automatisch auch wieder in die normale Darstellung Ihrer Präsentationsfolie. Sie sehen jetzt, auf jeder Folie wurde der Titel umformatiert. Ich habe überall die gleiche Schriftart, die gleiche Größe bzw. die gleiche Farbgebung und Schattierung für diesen Titel. Des Weiteren sehen Sie, dass auf allen Folien auch die Aufzählungszeichen angepasst wurden. Ich habe überall das passende Symbol, das ich in der Masteransicht verwendet habe. Möchte ich jetzt auf einer Folie zum Beispiel mein Logo nicht haben, sagen wir zum Beispiel in dieser hier, kann ich dieses Logo nicht in der Folie anklicken. Wenn ich hier hinein klicke, sehen Sie, dass ich nur den Titel markiere, aber nicht das Logo an sich. Das hängt damit zusammen, dass das Logo ja im Master eingefügt wurde und nicht in den einzelnen Folien. Wenn ich dieses Logo im Master aber löschen würde, würde es ja auf jeder Folie verschwinden. Deswegen gehe ich jetzt einen anderen Weg. Ich wechsle zum Register Entwurf, wähle rechts außen Hintergrund formatieren und habe hier die Möglichkeit, dieses kleine Kontrollkästchen zu aktivieren, Hintergrundgrafiken ausblenden. Damit sage ich dem Computer, dass ich in der aktuell markierten und ausgewählten Folie Hintergrundgrafiken, die im Master eingefügt wurden, nicht sehen möchte. Sobald ich dieses Häkchen aktiviert habe, sehen Sie in dieser Folie das Logo nicht mehr. In allen anderen Folien ist das Logo aber nach wie vor vorhanden. Nutzen Sie also, um ein einheitliches Erscheinungsbild einzuhalten, die entsprechende Folienmaster-Ansicht und alles, was Sie im Folienmaster machen, wirkt sich auf alle Folien aus, Leichte Anpassungen in den einzelnen Folien sind natürlich jederzeit möglich, sorgen Sie aber immer dafür, dass sich das einheitliche Erscheinungsbild möglichst durch die gesamte Präsentation hindurchzieht. Vielen Dank.